Guten Morgen, die Evi, die Evi, die stand im Urlaubstrickmodus, die hat nämlich jetzt Urlaub bald und wir haben gedacht, wir melden uns nochmal gemeinsam hier aus dem Stoffladen, aus dem Wollladen. Ja, und wie ihr seht, kann ich die Hände kaum vom Strickzeug lassen, das ist auch ein super weiches Flauschkern von Lana Grossa, ganz schnell zu stricken und luftig leicht. Also, richtig schön, aber es gibt ja jetzt, seit heute ist das Lookbook von Lana Grossa draußen mit der Merino-Wolle, da hat es verschiedene Sachen drin, also zum Beispiel das mit der Zeta Suri Big, da haben wir ja auch verschiedene Farben, haben wir da, oder die Cool Merino, das ist zum Beispiel sowas, also jetzt total superschöne Modelle drin und ich bin schon ganz vergiftet, ich muss jetzt in Urlaub und muss mich entscheiden, für was ich jetzt die Wolle mitnehme, es wird schwer und bestimmt ein Kilo schwerer der Koffer. Naja, aber so luftig leicht, so luftig leicht wie diese Wolle ist, da wird sie wahrscheinlich kein ganzes Kilo mitnehmen müssen. Ja, aber das ist so schnell gestrickt, ich sage ja, wir gucken es uns gleich nochmal an, das ist so schön, also das ist ganz luftig, man kann durchgucken und auch macht es warm, das ist genau das Richtige, wenn man dann wieder ein bisschen Kühle hat und man muss drinbleiben. Also wenn man da zügig strickt, in zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden ist so ein Knäuel weg, also in zwei oder drei Tagen haben wir den Pulli fertig. Okay, also ich drehe jetzt nochmal um, ich gehe mal davon aus, wenn die Efi landet mit dem Flieger, hat sie den einen Pulli schon fertig gestrickt wahrscheinlich. Genau, so sieht es aus. Also, kommt einfach vorbei und schaut es euch an. Genau, und ich melde mich ab und zu hier aus dem Stofflade, halte die Stellung hier mit der Jasmin und mit unseren Kolleginnen und ihr werdet ab und zu einfach mal eine Kleine Karte von uns hören. So ist es, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.